Jolo der was geht mein Name ist Stefan heute zeugten wir escape from the prison und der typ sagt schon mal ja wir sollen ausbrechen und tatsächlich die toilette geht zur seite und wo bin ich denn jetzt ebene 1 tiefer untergrund ich denke mal das grüne ist giftig hat man gerade an sandy gesehen die ist leider ins grüne gesprungen sowie lena aber ich komme tatsächlich darüber ja und bin schon am stüssel auf jeden fall checkpoint ja so ist es ja schön sehr schön ich denke man darf hier nicht ankommen oder doch ich nehme darf nicht ankommen anscheinend so hier geht es rauf wieder ein checkpoint das ist natürlich nice dann gehen wir suchen wir lieber ein bisschen mal raus nicht dass wir hier noch wegen der dummen sachen runterfallen da ist wieder ein neuer checkpoint einfach mal drüber springen das kommt auf uns zu ja hilfe oh mein gott oh mein gott oh ja weißt du wir haben es geschafft wir haben es geschafft sehr sehr schön neuer checkpoint ok jetzt ein bisschen schwerer schon ich denke das machen wir mal mit shift lockt mit shift lockt ist das eindeutig einfacher ja ist es auch so checkpoint hier einfach nicht ankommen das dürfte aber normalerweise nicht so schwer sein geht es noch mal das gleiche hey da unten da hey das sind die mann black von minecraft um einen hätte ich eine spitzhack mit möchte abbauen ja geil werde ich gleich eine spitzhack gerne diamant spitzhack mit 3 wer wer schon ist wir brauchen kiefer des torfindende okk wenn der latoren allerdings sind wenn der torne da oben oder okk der schläft der schläft ganz leise sein ja ich habe ich habe das leute kann ich gleich durchgehen hier kann ich nicht durch ich gehe wieder rauf wir dürfen nur nicht aufwecken ja das ist ein bisschen blöd ich bin durch ohne ich bin doch nicht durch jetzt bin ich durch nice checkpoint und was macht der oja aber den laser den kannst du dir ja dann kannst du wieder ausschalten ja dann macht uns nichts möchte kein ghost mode kauf mal was in groß mein gott ok jetzt jetzt durch jetzt durch einfach nur durch raschen jetzt bin ich schnell ja ok jetzt kommen auch drüber ok jetzt sind wir da dann ab durchs dohr ok unsere speedcool ist jetzt auch weg ein checkpoint dann haben wir wieder diese laser hier ja oder dass das wc und da kann ich auch da müssen wir anscheinend sogar durch und checkpoint ok wo muss ich was müssen jetzt hier tun ich würde mal sagen ich gehen innen an sich weil sonst geht das ganze hier gar nicht ja hier ist ein loch oh mein gott hier ist ein loch checkpoint einmal drüber einmal drüber einmal drüber einmal nochmal ja nice ok läuft eindeutig besser wie in tower feld es könnte gefährlich wenn das so wie ein wasserfall da geht es auf jeden fall schnell runter ok kobra ja kommt wir müssen schnell da rein dass sie abhauen ja abschützlandung was kommt gleich so ein alligator ja dass das wär mal geil zum alligator uns fressen will ja dass wir mal mega raus ist der kanalisation ok aber die polizei hat uns hoffentlich nicht erwischt was also ok hände und ja wir müssen die hände hoch tun es hilft alles nichts mehr sind jetzt wieder gefangen oder was gefängnis von alcatraz das ab durch die mit ab durch die mit einer erst mal was ich hier bestellt dass ein förderband achtung achtung dessen förderband aufpassen wo man hingeht ja das treibt dann schon vorwärts es sind wir zu den gefängnissen wir sind jetzt neben dem gefängnis ok es sind laser laser weichen aber gut aus ok ich glaube da können wir es aktivieren oder ja komm komm schnell rüber schnell rüber bevor sich das wieder aktiviert das können ins auge gehen auch wenn es geschafft nice und die tür ist offen zum glück erst die praktische brechstange brauchten dann hätten wir die ja nicht mehr mit dass wir ein bisschen blöd gewesen wieder hier rüber ooo war das knapp ob er ernsthaft da muss eine andere tür sein und das sagt uns erst jetzt wo wir schon drüber gelaufen sind ist das dein ernst nur ok haben hat glaube ich was gefunden haben wir winkt uns dahin ok haben wir danke für die info ja danke und also rechts ist falsch und kannst du links und mittels ein links ist es nice danke der checkpoint ok auch für der kleine laser die werden schon immer kleiner die werden immer heimtückisch aber wir haben sie das besicht hier durch ok hier ist wieder diese kafeteria wo schon irgendwas wieder ausgelaufen ist die pfande aus dass sie ausgelaufen ist aber wir haben das fand auch besiegt neuer checkpoint laser party müssen wir aufpassen dass wir nicht oben ankommen aber oben ankommen ist glaube ich unmöglich ok wir sind durch wir sind durch ist natürlich sehr schön oh mein gott da ist milch milch kann gefährlich sein ja das ist durchs eis zuerst genau kaugummi oh man dann nehmen wir gleich mal die abkürzung der lena gibt ja auch an und haben wir auch alle das kann ich auch guckst ja viel kaffee ausgeronnen ja wir liegen auch nur die tassen vom kaffee und donuts vor allem ja donuts classic ok ok was knapp ob es wirklich interessant zu wissen was die hier nahe hinkommen das wäre wirklich mal interessant zu wissen neben dem meer vulkan ist auch keine internee oder sonst geht gleich die ganze welt hier unter den aktiviert schon mal den hebel danke dir hier ist wieder hier ist wie den gang wieder in der kanalist zu machen wie oft wir schon in der kanalistation waren das ist ja auch nicht mehr witzig ok helikopter ok geht haut geht auto 4 jaja kommen wir müssen einsteigen lena komm rein wir müssen die einsteigen das hilft nichts ja wir müssen flüchten ich hoffe der stürzt sich wieder ab das wäre das das wäre das ende alter wenn da wenn der wieder abstürzen würde ich hoffe mal einfach dass das jetzt funktioniert ne komm stürzt einfach nicht ab bitte 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 stürzt sich ab wir haben es geschafft jo leute geil geil wir haben es geschafft endlich freiheit ja leute wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne eine bewertung da wird mich mega freuen und ich würde sagen dann bis zum nächsten mal leute und servus